Hallo und willkommen zu einer neuen Playlist. Hier geht es um Excel und hier ist gleich das erste Video. Die Oberfläche von Microsoft Excel ist im Prinzip genauso aufgebaut, wie wir es aus dem Word kennen. Wir haben also hier den Hintergrundbereich, die zuletzt geöffneten Dateien sind hier sichtbar, dann hier der Vordergrundbereich mit den verschiedenen Registerkarten. Hier gibt es viele Symbole, die man schon aus Word kennt, die hier ähnlich sind. Es sind aber auch hier Registerkarten dabei, wie Formeln, Daten, die man jetzt noch nicht kennt. Hier sind dann Excel-spezifische Sachen zu finden, um hier entsprechende Berechnungen stattfinden lassen zu können. Man sieht hier unten, diese Seiten sind nicht wie in Word aufgebaut. Hier haben wir einzelne Tabellen, standardgemäß ist in Excel 2010 sind hier drei Tabellenblätter drin. Im neuen 2013er ist hier noch ein Tabellenblatt drin. Man kann aber hier immer weitere Tabellenblätter erstellen, so viel man halt braucht. Man kann aber auch hergehen und kann diese Tabellenblätter wieder löschen, sodass man jetzt hier nur eine einzige Tabelle hat. Das Ganze ist dann auch keine Datei. Hier oben sieht man in der Titelleiste, hier steht Mappe. Das bedeutet also, eine Excel-Mappe besteht aus verschiedenen Tabellen oder einer Tabelle. Man kann hier mit Steuerung und dem Mausrad natürlich auch entsprechend rein- und rauszoomen. Das geht natürlich auch wie im Word hier unten mit diesem Schieberegler, sodass man hier mehr von den Eingaben sieht. Hier im Hintergrundbereich unter Optionen kann man auch folgendes machen, wenn einem dieser blaue Hintergrund nicht so gut gefällt. Man kann den Kontrast etwas erhöhen, man kann das Ganze auf schwarz stellen und das Ganze sieht dann hier so aus. So hat man einen größeren Kontrast und erkennt vielleicht manche Dinge leichter. Hier oben haben wir, wie im Word, ein Schnellstart-Menü. Hier können wir weitere Befehle ergänzen, also Befehle, die wir sehr häufig brauchen. Wenn die hier nicht aufgelistet sind, kann man hier auf weitere Befehle gehen. Hier sind dann die Befehle nach Kategorien oder die häufigsten oder alle Befehle aufgelistet. Und man kann sich dann entsprechend die hier raussuchen, hinzufügen und dann taucht die auch hier oben in der Schnellstartleiste auf. Man kann auch mit einem Rechtsklick hier wieder draufgehen und sagen, das Symbol wieder entfernen. Hier schauen wir uns den Inhalt dieses Tabellenblatts an. Das ist eine riesige Tabelle. Wenn wir das etwas verkleinern, dann können wir immer noch nicht sehen, wie viele Zeilen und Spalten. Es sind insgesamt über 1.048.000 Zeilen zu sehen. Und das ist praktisch das Waagrechte hier. Und senkrecht, die Spalten, das sind über 16.000. Ein kleiner Bereich, den nennt man Zelle. Hier oben, das ist dann immer der Spaltenkopf und hier der Zeilenkopf. Also hier, das ist der Zeilenkopf 3. Wenn ich da draufklicke, habe ich dann praktisch die Zeile 3 komplett markiert. Beim Markieren kann man aber nicht nur Spalten und Zeilen markieren, sondern auch Bereiche. Das heißt, ich muss die linke Maustaste gedrückt halten und dann kann ich hier entsprechend einen Bereich einfärben. Ich kann hier eine Farbe auswählen und dann ist dieser Bereich hier entsprechend gefärbt. Man sieht hier schon Gitternetzlinien, allerdings beim Ausdruck kommen die nicht heraus. Wenn ich hier mal auf Datei drucken gehen würde, dann würde also jetzt nur dieses orange Rechteck rauskommen, was ich gerade eingefärbt habe. Wenn ich möchte, dass sich diese Gitter ausdrucken lassen, dann muss ich auch wiederum einen Bereich markieren. Ich brauche diese Rahmenlinien. Da wähle ich alle Rahmenlinien an und dann habe ich diesen Bereich dunkel gefärbt. Und hier beim Ausdruck würde das dann auch so rauskommen. Wenn ich beim Arbeiten selber keine Gitterlinien sehen möchte, also natürlich kann ich hier einmal sagen, das blende ich alles wieder aus, aber ich habe ja dann die Linien noch grau drin, dann kann ich über Ansicht hergehen und kann sagen, die Gitternetzlinien möchte ich dann auch nicht drin haben. Vielen Dank.